Motiviert bleiben beim Lernen von zu Hause. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Around the Year Anleitung. Heute zeige ich euch ein paar einfache Tipps und Tricks, wie ihr euch selber zum Lernen motivieren könnt und die euch das Lernen von zu Hause vereinfachen. Tipp 1. Die Planung. Am besten richtet ihr euch für jeden Tag eine feste Zeit ein, in der ihr lernt. So ist es viel einfacher, sich hinzusetzen und einfach loszulernen, anstelle das Lernen immer aufzuschieben und zu sagen, ach, mach ich später. Auch eine gute Idee ist es, sich Lernziele zu setzen und sich dann darauf zu konzentrieren, diese in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen. Tipp 2. Fühlt euch nicht gehetzt. Macht, tut euer Bestes, aber macht nicht mehr, als ihr schafft. Ihr müsst euch nicht unter Druck gesetzt fühlen, dass andere Leute vielleicht mehr machen als ihr und dass ihr hinterher seid, denn oft im Leben ist es so, dass die meisten Leute sowieso weniger machen als ihr. Tipp 3. Macht zwischendurch Pausen. Gebt zum Beispiel auf einen Spaziergang an der frischen Luft oder macht euch eine Tasse Tee, denn das hilft euch, mit klarem Kopf weiterzuarbeiten und ihr werdet merken, dass ihr viel besser lernt. Tipp 4. Meldet euch zu Online-Kursen an. Das ist deshalb hilfreich, weil ihr einen besseren Überblick über eure Fortschritte bekommt und außerdem oft auch Quizzes oder kleine Fragen drin vorkommen, sodass ihr interaktiv lernen könnt. Ich habe in der Beschreibung des Videos ein paar empholende Kurse für euch zusammengestellt. Und der fünfte und letzte Tipp, haltet euren Schreibtisch so ordentlich wie möglich, desto besser könnt ihr lernen und denken. Das waren alle Tipps für heute. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn schon, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Like zu hinterlassen und ich sehe euch alle im nächsten Video.